Glaube ich. Eigentlich sind wir sehr langsam. Der hat so zwei Attacken, das ist sehr einfach eigentlich. Oder drei, wenn man das springen als Attacke zählt. Der springt jetzt schon lange gerade. Jetzt spuckt er. Ne, jetzt springt er. Ich glaube, bei 50% fängt er es an mit spucken. Das war zu spät. Wow. Okay. Go, 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 go. Er ist gleich tot. Hat doch nicht einmal gespuckt. Der springt sich jetzt ja nur. Jetzt spuckt er immer tot. Oh. Das ist kein Leben, der verliert. Oh, schon tot? Oh, das springt schnell. Ja, klar. Oh, wie viele Leer hat denn der Fall? Was ist das denn? Road to Meat. HP ab. Alter, wir haben übelst viel HP. What the fuck? Ja, mehr können wir eh nicht machen. Das würde ich aber immer nach unten. Flup. Nächster Stage. Yay. Wenn ich mir übrigens Musik in den Hintergrund packen soll bei dem Spiel, dann müsste er es sagen. Dann mache ich das. Äh, Kacke ins Gesicht. Äh, Kacke. Er dreht sich natürlich auch immer genau dahin, wo die Kacke fliegt. Das ist das Intelligenz zu machen kann. Na gut. Was haben wir denn jetzt? Cave One. Na, 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 na. So. Hallo? Ah, ich habe keinen Schlüssel. Oh. Ich hasse diese Maden. Die sind so eklig. Scheiße. Hässlich. Wie behindert kann man eigentlich sein als Maden, sowas zu sein. Ja, ja, ja. Du bist eine tolle Spinne. Du willst Damage machen. Genau. Stirb, 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 stirb. So. Was bist du? Bombe! Juhu! Bomben sind immer schön. Wie viel Leben wir gerade auch haben. Können wir direkt mal durch diese Tür da gehen. Was ist dahinter? Eine Kiste! Was ist da drin? Eine Spinne. Toll. Äh, ist das meine? Ich glaube, das sind meine Spinnen. Ich bin mir nicht so... Ja, okay, das sind meine Spinnen. Gut, warum nicht auch mal Spinnen bekommen für das eine Herz. Ähm... Wir müssen hier lang. Ich glaube, die gehen dann auf Feinde los oder so. Ich bin mir nicht sicher. Mal testen. Ich bin nicht so lang. Das ist meine Blutspur jetzt. Ich glaube, das ist meine. Bumbe! Und ein großer Taler wieder. Geil, wäre am Glück. So. Gehe erst mal in den kleinen Raum hier. Und wir haben auch wieder so einen seltsamen Raum mit einer Stachel. Ich weiß nicht, wozu diese Gefängnisse da sind. Ich kann es nicht sagen. Ob die Chance auf einen Geheimraum da höher ist? Ich weiß es nicht. Oh! Toll! Cool! Bombe! Zwei Bomben! Uh! Spreng ich hier nochmal? Mal schauen, was es bringt. Pilz! Speed and Range up! Na also, sehr, sehr schön! Hat sich gelohnt! Und wir sind schneller geworden. Ja, holla, die Waldfee! Geil! Oh! Ist das Tower Defense hier, oder wie? Oh! Was? Die bewegen sich, die Kugeln! What the fuck? Wie viele auch? Wie viele auch? What the fuck? What the fuck? Stopp! Bäh! Eine noch? Sehr schön! Okay, wir haben eins verloren, halb, halb ist das? Okay, 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 ganz ruhig. Wow, das war knapp, okay, super, da haben wir noch einer, der hier drüben, den tun wir uns natürlich auch gleich. Ah, komm her, du komisches Liederspucken des Monsters. Yeah! Oh, so, kriegt man es ja auch wie ein Schlüssel oder sowas? Schade, nee, ist nichts gut, dann gehen wir mal gleich in den nächsten Raum hier rüben, unten rein, was ist hier? Oh, ich hasse euch. Was macht die Schwarze? Weiß ich, was ich wollte, aber sie... Aber... Trifft mich auf jeden Fall. Oh, stopp! Na also. Range up! 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 Oh! Ah, der explodiert, okay, alles klar. Merke ich mir, und ich gebe eine Bombe. Stopp, stopp! Sehr, sehr, sehr schön. Wow, Drei Bombe, Drei Bombe, Drei Bombe. Äch, ich dachte gerade, cool eine Bombe und dann sowas. Stopp! Stopp, 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 stopp. Ja, ist so. das war skillshot ich wusste dass er da auftaucht ja ich bin profi ich weiß sowas ok guck mal zwei bomben haben wir ich heb die momentan auf ihr bräuchte mal wieder bei hatzen achso greife ich die gar nicht das kriege ich nicht aus okay oder ein sturm 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 habe ich das feuer jetzt bekommen ach ich habe eine kleine blutspolle eingelaufen ja noch 36 herzen das ist nicht so gut kommt mein herz trocken herz junge trocken herz trocken herz ich würde auch gar kein wir müssen schlüssel bekommen bekommen sich eine goldraum rein kann es sein dass ich dir nicht bekommen so laut nur ach der aha okay verstehe wir laufen die durch ist mal egal ja wir sind profis genau genau so genau so ein profi bin ich gerne bei dem ich mir nachher glaube ich gehe erstmal hoch jetzt ganz kurz wieder in den goldraum zurück endlich aber ich komme noch leben das ist gar nicht so cool und wieso habe ich die nicht mitgenommen ich weiß es nicht wo bin ich ich bin hier jetzt muss ich darüber fliegen kann ich mir also komme nicht auch zu der bombe leider leider ja ein bisschen wollen wir uns dann habe ich schon ja viele wie gesagt ich habe wieder das place von chronigball geguckt so wird man ja schon habe ich es vielleicht hier noch ein finder ich glaube es eher weniger ne war klar so lauf 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 isaac lauf da um alles mitnehmen kommen egal ob es kriegen oder nicht einfach ärgern dass dann da vielleicht ein 20er herz troppt was wir in dem spiel bestimmt nicht existiert aber wenn es trocken wenn es existieren würde 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 es da trocken so tut tut schott ja moment da schau ich mal nach das könnte ich schaue ich mal nach was das bringt tut schott searching kleinen moment das dauert das habe ich falsch geschrieben ja im moment geht wer weiter wie heißt das wird so wichtig gezeigt na egal Es sieht so aus, als würden die Kugeln anders aussehen Ich glaube ich langsamer geworden kann das sein, ich bin mir nicht sicher Ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall werden wir jetzt mal zum Boss gehen und mal schauen Ob man da vielleicht noch ein paar Herzen noch in dem Kriegenden, weil es ist halt doch ganz schön Gritisch für uns hier momentan Ich bin falsch Obwohl, warte mal Vielleicht kriegen wir noch ein paar Herzen hier Ich spreng mal einfach die ganzen Pulse Oh, Pillen Ja holla, die Waldfee, was haben wir denn hier Lockdown, naja, das ist nicht so cool Range up Bombs are K Lockdown Okay Bombs are K Bomben sind Schlüssel Keine Ahnung Vielleicht Ne, wo muss ich, achso ich muss hier, ah, okay Vielleicht kann man Bomben jetzt Türen aufmachen, ich bin mir nicht sicher Oder Türen Natürlich Ja, das meine ich, einfach ärgern darüber, dass da drüben jetzt die Goldmünze liegt Äh, lalalalalala Ach, dann, guck mal, da ist noch ein Raum Haben wir gar nicht gewacht Yay, Schlüssel Und da kommen wir dann in den nächsten Raum, ja geil Ja, genau, okay Dann nehmen wir mal den Und dann nochmal noch hier das Herz da Flup Dann gucken wir mal hier, was hier drin ist Gut Fünfer Hammer, ich hätte mir das ja gerne geholt Aber da reicht das Geld leider noch nicht dafür Dann haben wir noch eine Bombe und einen Schlüssel Das ist sehr schön Können wir für die nächste Stage gleich nutzen Und dann schauen wir mal, dass wir hier jetzt schnell zum Ausgang kommen Also zum Bosskampf Bosskampf, Bosskampf Achso, komm, komm ich einfach noch nicht rein Bosskampf Das wird ein Bosskampf, ein Bosskampf Widow, was ist denn Widow? Double Trouble What the fuck, wie groß ist der? Wie groß ist der? Und wieso schieße ich mit Zähnen? Ohhhh, Alter, stirb doch mal Was ist das? Ach, das sind Spinnnester Ah, das sind Spinnnester What the fuck Die scheiße, bitte Stirb doch Aber Aber Das war so klar, dass Kleinen mich trifft Die Großen achte ich natürlich die Rolle kann Stirb doch Ja, endlich Einer ist tot Aber das war jetzt irgendwie klar, dass die mich noch trifft Und jetzt Jetzt die Spinnen Oh, geil Sehr schön Zwei Herzen wieder bekommen Das gefällt mir Ich kann natürlich, wenn ich so eine Kampfe annehmen habe Ganz schlecht in die Webcam gucken Das ist So, was haben wir da Ah, das Spinn, das habe ich mir so gedacht Irgendwie Alter, die Spinnen, ne? Denkst du dir, okay, jetzt hast du es geschafft Komm, die Spinnen nochmal All starts up, Magic Mushroom Ihr habt übelst eine Tank Speed, kann das sein? You're unlocked Magelline Errungenschaft, Yard und Errungenschaft Your Unlocked Challenge, The Tank Und Ja Gut Müsste doch Speed sein, den wir haben, gell? Attack Speed, oder was ist das? Dieser Bogen da, den wir da haben Naja, bis zur nächsten Stage Ich weiß auch nicht, ob ich das Partweise raushaue Ob ich, oder ob ich die 15 Minuten mache Die Parts, kann ich noch nicht sagen Oh mein Gott Das Toilettenpapier ist alle Bäääää Dann merkt du, ich habe mir den Bart wieder gestutzt Ich sah ja schon aus wie so ein Von der IS einer Der macht doch keine Witze drüber Okay Da kommen wir nicht rein Nicht witzig, nicht witzig, nicht witzig, nicht witzig, nicht witzig Nicht witzig, nicht witzig, nicht witzig Stirb, 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 stirb Ist die dritte Runde übrigens ich spiele ich habe auch privat also eine runde habe ich aufgenommen und die gingen nicht dann habe ich dann habe ich eine runde privat gespielt heute früh die war nicht wirklich lange habe ich gleich gestorben und das dritte rund ich jetzt bin im spiel also hier ist schon ein rechter skiller also da bin ich schon und da hast du schon gesehen manchmal schießt der zähne oder bin ich gerade von der tasse heruntergegangen das war nicht so gut ich bin gerade von der tasse heruntergegangen um mir die nasen zu kratzen und dadurch habe ich jetzt gerade den ding da bekommen ja sehr schön wieder eine bombe was ist das geh weg es ist es ist sehr fies ich ich